Junge, weißt du was ich mache? Das hier mache ich. Jetzt wird explodiert. EG, deswegen macht er so viel Spaß, Junge. Moin liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Paragon. Wir spielen heute ausnahmsweise noch mal ein Bot-Game, denn es sind ein paar Neulinge da. Der Tamiro als auch der Ace Zockt, beides auch kleine YouTuber, deren Kanäle selbstverständlich unter der Videobeschreibung, als auch ein Random, Maya, die da Sirenen, die ist bestimmt auch ganz toll, kann aber nicht, hat nichts mit dem erreicht und Kilika AK08, Abschlussklasse 08, das heißt er ist jetzt mindestens 30 und spielt immer noch diese Spiele. Warum? So, wir spielen heute Howitzer, das ist so eine Art Rumble-Verschnitt, sage ich einfach mal. Leute, ich hoffe ihr habt alle mit... So, ihr solltet euch was einkaufen, also bitte oben einkaufen gehen, Leute, und dann geht's nach vorne. So, Howitzer ist ein fetter Schlachtroboter, der einfach nur super viel Spaß macht zu spielen. Ich erkläre euch das ganze Ding gleich mal vorher. Im Endeffekt haben wir hier eine Rakete, wir haben so Minen, die wegschleudern können. Mit was, was schleudert weg? Vitalias neue E- oder Q-Fähigkeit. Und Lähmungsgranaten, die halt so ein Slow sind wie Jinn, wie Jinn seine Bomben. So, natürlich Raketen, Junge. Das Beste ist, ich habe nämlich Raketen. Und wir spielen gegen Bots, die sind richtig klug. Boom, Junge. Ja, der gibt's richtig auf die Fresse, hm? Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, Tigger. Oh, es geht nicht. Ein noch. Jawoll. Oh mein Gott, der wollte mich. Ab wann kann man Sammler, dann ruhe ich. Ja, da muss er back. Nach Hause geschickt. Zwei Leute übrigens, bitte. Das schwerste, finde ich, bei dem Spiel so last hinten. Ja, das ist super. So, wer das Spiel noch nicht verstanden hat, im Endeffekt ist es ein, äh, ja, LOL in 3D. So, das ist so die einfachste Erklärung, denke ich mal. Da haben wir auch verschiedene Lanes, ihr seht das oben an der Karte, ne, verschiedene Charaktere. Ah. Wie, wie, wie bewegt das hier nicht schneller? Kann doch irgendwie sich schneller bewegt, ne? Ja, mit Shift. Wenn du Shift einmal gedrückt hast, dann quasi weiter drücken. Geh kurz zurück. Bam. Ah, wir haben hier einen Twin Blast. Also, momentan ist es so, dass die, äh, ganzen, äh, ADC Champions, sagen wir mal, sind im Late Game Super-Strong. Aber am Anfang geht das so. Ah, oh, okay. Junge, was? Feuer! Oh mein Gott, der geht mir auf die Fresse. Feuer! Ja! Rakete hat ihr Ziel getroffen, Junge. Die Kaffelerie kommt. Kann ich den Sammler schon einsammeln? Geht das schon? Äh, wenn der den Sammler, äh, aufgewacht hat, dann, ja. Ich muss das mal aufmachen, das geht doch mal. Ja, aber ihr müsst, wow, bin fast kaputt gegangen. Wenn irgendwas aktivieren, das mach ich jetzt mal. Ja, ja, da musst du, äh, also da steht der Sammler, wird gebaut, ne? Ja. Genau, das ist dein Ziel. Komm mal. Nice, der Ace, der rastet hier komplett aus. So, wir sind besser als Bots. Ein Hammer schon mal. D, 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 d. Ich versuche da seine Kanonen irgendwie zu richten. Das ist aber Lattens. So, äh, wir kaufen uns jetzt direkt einen, äh, einen Stab der Quelle. Wow. Hört sich das böse an. Hat jemand schon einen Sammler gebaut? Ja, ne? Ich versuche jetzt einen anderen Sammler. Ich habe nämlich so einen Sammlerstein. Dann klatscht das nämlich. Dann klatscht das. Das ist echt so witzig. Also ich finde, designtechnisch sind die Champions hier super lustig, aber du kannst halt viel mehr zum Ausdruck bringen als ein LOL. Vom Design her. Du hast halt ein bisschen mehr Auflösung und so. Ja, oder so leicht. Leicht, ja. Minimal. Oh, der Kilika kriegt auf die Fresse. Rennen. Denk an deine, deine, deine rechte Maus hast du, ne? Ja, ja. Jetzt hier. Rackete! Pum, Junge, weggeballert. Echt so ein Voller-Champion, ne? Junge, jetzt wird gepöllert! Was ist das denn? Wir haben hier eine Wandtülle gebaut. Ist das auch? Wo kommt hier die Wand daher? Oh, die haben einen Kalari, ne? Aua, 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 aua. Junge, echt, der, der Held hier ist so, als hätte der Terminator und der Predator Sex gehabt. Und das ist dabei rausgekommen. Supergut! Was, er lebt noch? Ist das ernst? Wie lang? Gehen wir mal die Waves gleich noch, dann gehe ich. Ja, Feuer! Boom, Junge! Ja, Moin, John! Wir haben ja, ja, ein Start. Wollt grad sagen. Oh, hier, die pöllern wir da hinten auch noch mal weg. Oh, wir haben ja nichts mehr. Ja, du hörst mich nicht. Bist weg? Jo. Alles klärchen. Wie, wie, wie sammeln wir denn eigentlich die Karten ab? Äh, wenn du diese, du hast ja dieses Pferdenstein, was du aufsammelst, dieses Orangenes. Das ist wichtig dafür, das ist essentiell. Da ist der gelbe Kreis da unten. Und wenn der gelbe Kreis voll ist, kriegst du immer drei neue Punkte. 60 geht, geht max. Knall. Mit dem Sammler sammle, kriegt ihr dann auch Punkte, ja, ne? Wat? Wenn ich mit dem Sammler jetzt einsammle. Ja. Dann kriegen wir alle Punkte, das ist für das ganze Team quasi. Machst du sehr schön. Achso, ja, kein Problem. Wir haben einen beim Blue Buffier helfen bei uns an der Seite. Jo, bin da. Das ist nett. Wir machen heute so MOBA, äh, Roulette. Wir spielen alles in MOBA Spiel. Rakete! Darf ich? Oh, ich bin blau, glaub ich. Sehr nett. So, jetzt gehen wir mal back, Leute. Dann hören wir uns 6 neue Punkte. Und dann straight Mitte ballern. Oh. Ich hab gedacht, das für uns geht anders. So. So. Sammler gibt's übrigens auch ganz links und ganz rechts, ne? Diese Außendinger, das sind auch Sammler. Ach, das sind auch welche? Das sind auch Sammler, richtig. Sammler sind sehr wichtig. Sammler sind Freunde. Keine einfressen, genau. Kommst du an? Dann hau ich doch ein Ulti rein. Junge, baller Ulti rein. Baller, 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 baller. Ja, jetzt macht die, genau. Oh. Guck mal hier. Bam, Junge. Zurück in den Tower kommst du hin. Hast du den Play gesehen? Zack. Gar kein Problem. So machen wir das hier. Ja. Ja, okay. Wie gesagt, ich würde, wir können nachher ruhig schon noch ein paar Runden Oberautos, wenn du ne Bock hast. Schauen wir mal. So wunderbar. Der Jon hat ja PS4. Mann, Mann, Mann. Das ist ja nicht Kostplattform. Das ist das geile Anteil geworden. Das ist Kostplattform. Das ist sad. Wollen wir das ganz mal sprengen. Boom. Das macht einfach nur Spaß, dieser Champ, ne? Ich kann meinen Nate mit unterbissen. Bitte? Ich kann meinen Nate mit unterbissen. Ich brauche einen. Oh Gott, das war Lux Ulti, Alter. Ja, das ist der Murdock. Was wäre das denn erlaubt? Geil. Geht er weg, geht er weg, Junge. Weißt du, wir machen jetzt mal kurz Prozess hier. Zack. Dicki zacka. Wie beim Fußball. Boom. Plays, Junge. Plays. Einfach mal wieder ins... Geil. Geil, geil, geil. Das macht Spaß. Hier rechts ein bisschen Hilfe. Ja, wir kommen. Ich geh mal zu dem rechts, ne? Na, ich mach schon. Auf dem Weg. Immer mehr Mitte hier weg. Und tot, der Tower. Einfachste Übung, Leute. Wie lange geht's denn eine Runde? So ein bisschen so wie eine Loll-Runde, ne? Ja, wie eine Loll-Runde ungefähr. Ein bisschen kürzer sogar. Die hinter dir. Wir fenn drauf. Oh, Junge. Was hattest du drin? So. Das haben wir gemacht. Ja, weggeknallt. Packen. Yo, weg. Nicer, dicer. Ich komm jetzt nach links, Freunde. Geh mal shoppen. Hast du gehört, Chris? Ja, ich mach hier gerade ein schwarzes Loch. Richtig, richtig schwarz ist das, ey. Sehr schön. Nur das items musst du mal voll machen. Das ist geile. Der Murdoch, der rennt. Ich komm da einfach von hinten. Ja? Ich komm da einfach von hinten rein. Reingepellert. Oh, der ist aber weggeportet. Ist der weggeportet? Ja, dann komm ich nicht von hinten. Nee, komm mal. Komm mal von vorne. Wo ist er, wo ist er? Ich hol mal einen Red Waff. Ja, mach. Wo ist er? Da ist er. Na, ist dein Deck. Ja. Bei den Sammlungen. Geh ich auch dann weg. Die Effekte sehen halt auch echt geil aus. Ja, Mann. Hast du auf episch gestellt? Noch nicht. Auf episch ist es einfach episch. Ja, mach mal auf episch. Super klasse. Hast du auf episch, Tamiru? Ja, hab ich. Ja. Ja. Das ist schon Premium. Auf jeden Fall. So, Leute. Jetzt geht's weiter. Kannst du im Game auf eh bestellen oder müsst ihr ein Spiel neu starten? Ist der das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen. Dann machen wir das mal jetzt nicht. So, in der Mitte haben wir die Decker wieder. Die knallen wir auch noch. Mutti. Die rennt. Die rennt. Die rennt. Die rennt. Stehe eigentlich ein Ausfall bei der Karte. Kann man hier runterfallen und sterben? Back vom Tower hier. Monster. Ich wollte mal links bei dem Sammler kommen. Das ist ein Sammler. Keil da links. Okay. Man kann nichts runterfallen. Mit der Karte. Zum Klingeling kannst du dann die Ressource sammeln. Hier. Das ist nur eine Tunnel, die mich festhält. Ich bin nicht irgendwo zu. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. GG... Rechte Seite? Nn, da war es halt nicht in die Mammel. Jungle kriegst du eine geile Seite. Geil, man konnte es. Der Jungle ist echt. Ich komm von hinten, dann catchen wir die Werkstatt. Klatscht der schon? Ja, ja. Auch klatschen. Die klatschen einfach nur. Doppeltöt. Boah. Junge, Ulti Level 2. Wo gehts denn hier raus, Jungle? Ja, das kann passieren. Ja. Bambler rechts steht. Überlehrmacht. Alter, fuck. Oh, knappes Match. Was steht denn hier eigentlich? Ja, da läuft sie. Was ist das denn? So ein Widergerät. So ein Widergerät. Alter. Alter. Boah, Junge. Ich fühle mich hier irgendwie als würde ich Pearl Harbor belagern. Mit dem Ding. Richtig fette Zahl. Macht richtig Spaß. Gummeln. Oh. Links an der Seite, ne? Ja. Da wird gleich wahrscheinlich der Tower fallen. Ne, ne. Ich komm jetzt auf jeden Fall auch noch... Ich komm jetzt auf jeden Fall auch noch links. Wer ist denn von uns Boucher gestorben? Der Bloody Ace, der Chris ist gestorben. Zweimal. Der Tamiro und der Random natürlich. Lass den Random blämen. That's the Spirit. Ulti Level 2. Gott, was ist das denn eh? Ich komm mal. Ich habe hier so eine Drohne auf mir drauf. Ja, die explodiert gleich. Das ist wie eine Asylion Bombe. Oha, die hat wehgetan. Junge. Ich bin mal wegladen. EG. Deswegen macht das so viel Spaß, Junge. Gut. Junge. Alles klar. Der ist einfach nur herrlich, dieser Charakter. Hat einfach nur so viel Spaß. Alles, was knallt, ist gut, ne? Junge, er knallt aber von allen Seiten. Äh, verdammt. Mach den hier. Boom. Ja, ja. Mach ich. Ja, werden wir verlangsamt. Jetzt ist die Bitch verlangsamt. Rakete! Ganz normaler Move von uns. Ganz normaler Move. Emotes gibt es übrigens auf Level 8, wenn ihr die Charaktere auf Level 8 habt. Okay. Vorher können wir nicht die Emotes sparen. Ja, vollkommen. So, wir rushen jetzt einfach da durch. Ja, es ist uns egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Du willst zu rangen mit deinen Auto-Attack, oder? Bitte? Mehr Ranger als ich für deinen Auto-Attack. Ja, ja. Die sind aber nicht so stark. Aber dafür machen die halt AE-Schaden, ne? Ähm. Mal eine Frage zu dem Einsatz. Ja. Bunden sich die Items, die einen Start oder irgendeine Wache zu machen, 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 oder irgendeine Wache zu machen? Nee. Okay. Wie schlägt die Boni, die auf dem Pass? Also, du musst die Items auf jeden Fall aufrüsten. Das hoffe ich weißt du, ne? Ja, ja, das klar. Aber es gibt ja sechs Felder. Hier. Aktiviert. Nach 80 Uhr. Itemflug. Oh, fuck. Oh, was? Alter, ist aber nochmal knapp entkommen, der Schweinehund. Mann, 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 der Schweinehund. So gehen wir wieder back, würde ich sagen und dann geht es. Also wichtig ist ganz auch nicht nur das Charakterlevel, sondern halt auch diese Kartenpunkte, weil die sind total separat von Champion zu Champion. Je nachdem wie gut ihr im Spiel seid oder nicht, ne? 60 ist Maximum, joa. So. Moin Robin. Zwicky zacka machen wir jetzt wieder, 19 Minuten. Der rechts ist relativ frei, der In-Hip. Oh, jetzt springt der hier wieder irgendwo hin. Oh, an der Seite. Schaffst du das da hinten? Ja, ne? Oh, jetzt braucht der hier wieder eine Mauer. Donald Trump? Das ist Donald Trump. Hey. Donald Trump in den Neckar anzieht. Oh, ich kann Portal spielen. Und die kann man sich quasi auch wirklich klauen, die Punkte oder wie ist das? Die werden geteilt, die werden geteilt, wenn du zu zweit hast. Zu zweit sogar 100% geteilt. Also zu zweit ist eigentlich am effektivsten. Du fängst bei den Normal-Spiel auch normalerweise immer im Jungle an und gehst dann, äh, roams dann erstmal um den First-Platz zu bekommen. Äh, joa, das ist momentan sehr, sehr effektiv, weil viele halt noch nicht wirklich spielen können oder noch nicht lange spielen, ne? Das da oben ist hier Saurons Auge oder was? Das ist Saurons Auge. Das ist richtig. Okay. Wie in die Zentrechte dafür? Ja, aber natürlich. Rakete! Oh, da war ja was. Ich dachte, das wären nur... Ich dachte, das wären nur Minions. Nee. Oje, du hast auch... Sehr kleine Pimmel. Weg da! Aus dem Weg! Oh, nice. Da ist ja nicht viel passiert. Passt bloß auf, ne? Mach den Tower kaputt. Die Stühlen sind ja ganz gut episch, ey. Die Astroger-Stühlen. Shamiro, pass auf! Ja. Ich bin wieder zurück. Blödes Gefängnis. Oh, was? Geh weg! Die kriegen alle auf die Fresse. Die kriegen alle von uns auf die Fresse. Der Murdoch. Der möchte auch nochmal. Aber Premium. Premium, Leute. Premium! Zack! Ah, scheiße! Ich bin gestorben. Der hat mich einfach auf der Luft gefischt. Ja, ich würde sagen... Nice! Ne? Nice Ass! Der wird jetzt einfach mal der Kern. Komischerweise bei jeder YouTube-Aufnahme von Paragon bin ich in dem Moment, wo wir gewinnen, tot. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, ehrlich gesagt. Aber es geht. Oben seht ihr jetzt 60%. Oh, das ist ja unsichtbar. Sarans Auge möchte nicht sterben. Junge. Hätten Frodo... Hätten Frodo... Ja, ja. So ein Assasin, so Z-mäßig. Junge, hätte... Hätten die anstatt Frodo mal so ein Rampage mitgehabt. Der hätte einfach auf das Auge draufklopft wie so ein Behinderten. Hätten die nicht da dringendes Feuer brauchen. Die werden da durchmarschiert und hätten einfach weggeklatscht. Bumm. Bitte beendet nicht! Ich bin gleich dabei! Ja, dankeschön. Mach die Champions kaputt. Wir müssen den Sieg zusammen auskosten. Der Sieg wird ausgekostet. Ich höre gerade eine Luft durch. Ich fühle mich sogar besser als die Sparrow, glaube ich. Wer? Den Magier, den geht ihm. Oh, ich bin right down. Ja, der ist im Early sehr, sehr stark. Der Olion mit ist der. Oh mein Gott. Wir sind alle gleich da. Oh, fuck. Da hat er mich doch noch erwischt. Schwimm, Lars. Geh nach hinten. Geh Richtung Mitte. Geh Richtung Mitte. Ich bin oben lang. Junge, jetzt gib Tiki Taka hier! Tiki Taka lang? Nein! Sack hier! Bamm! Boah, pack, 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 pack! Nein! Fünf Prozent hat der Kern noch. Hilfe, 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 Hilfe! Taka Marsch! Taka Marsch! Taka Marsch! Taka Marsch! Taka Marsch! Taka Marsch! Ja, Mann. Junge. Neue Marschrichtung. Es lohnt sich ja bloß 2. Eins. Easy GG. Jo, liebe Freunde, ich würd sagen, ich war da. Die Minions haben den Rest gemacht. Dankeschön fürs Mitspielen, Leute. Guckt bei denen unbedingt mal vorbei. Da gibt's reichlich lustigen, entweder League of Legends Content, Casual Gaming Content oder Content, der euch bestimmt interessiert. War das gut? Das war okay, oder? Das war voll okay. Das war voll okay. Okay, tschüss. Du schreibt immer mal in die Kommentare, wie ihr Paragon findet. Das würde mich mal... Der Sprecher soll endlich mal in die Fresse halten. Geb ich dem was. Okay, tschüss. Danke. Die痣 rim.